Guten Abend, Gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Näglein besteckt, schlupf unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Sie haben einen Sohn, Frau Dr. Hebert hat sie kurz vor ihrem Tod als Vater des Jungen angegeben. Der Junge hat keine Zeit mehr angehoben. Ein behindertes Kind. Ich habe einen Sohn. Was? Also acht. Was wird jetzt? Was? 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 got you one Pipious? Untertitelung des ZDF, 2020